Hallo, worüber wird hier gerichtet? Über einen Falschgeldprozess. Wurde dann die Selye gefälscht? Das sind die Selye vom letzten Jahr. Und die hat man jetzt hier in Umlauf gebracht? Ja. Die wurden versteckt. Und... Blatt, wie ist dort Selye? Was ist passiert? Raphael, einer vom Reisebüro, hat mit falsches Geld... Hat von dem Baum, falsches Geld? Hat von dem Baum 30 Selye gestohlen. Hallo, ist jemand dabei? Ja. Nein, bitte lauf nicht mehr weg. Warum bin ich immer so einsam? Ich will auch Freunde haben. Kommst du... Willst du mit mir kommen in den Waldspieler? Was für Getränke gibt es hier? Wer möchte erzählen, was ist das zu trinken? Möchtest du erzählen? Ja. Was haben wir denn so? Wir haben... Saft... Wir haben Limonade, Sirup, Kakao und Tee. Wie viel kostet das hier? Auch Kaffee. Wie viel kostet der Tee? Kaffee kostet 5 Selye, Saft 4 Selye, Limonade 5 Selye, Sirup 4 Selye und Kakao 5 Selye und Tee 3 Selye. Schön. Habt ihr viele Kunden? Ja. Habt ihr viel Geld verdient? Ja. Was macht ihr mit dem Geld? Wir kaufen. Was kaufen wir so im Laden alles? Saft... Was hast du dir gekauft, Sirup? Wir kaufen Saft. Wir kaufen Kaffee. Und blauen Früchte. Bravo. Hallo. Kann ich sagen, was ihr schönes bastelt? Wir passen Kronen und Masken für heute Nacht, weil wir haben so eine Art Fasching mit dem Mittelalter zum Thema. Ah ja, schön. Was passtest du da, Christine? Die Kronen für den Dany. Und gibt es Kälter dafür? Ich glaube, da habt ihr gleich jemanden, der kaufen wird. Wir hatten gestern mehrere und alle sind. Was macht ihr mit dem Geld, das ihr verdient? Kinder, was macht ihr mit dem Geld, mit der Seele, die ihr verdient? Wir kaufen. Was hast du dir gekauft? Ich Joghurt. Ich habe die Hände gemacht bei dem schönes Heißstudio. Was noch? Ich habe Melonen gegessen. Schön. War das auch in der Bäckerei? Gibt es gute Sachen in der Bäckerei? Ja, eine Waffe. Ja, eine Waffe. Oktar, ja. Kekse. Oktar, ja. Kekse. Wir nehmen Geld und geben. Nein, wir nehmen Geld und wir zahlen Steuern und wir geben auch Gehälte. Gehälte, ja. Aha, ihr zahlt das Gehalt? Ja. Aha, aha. An wen? An den Mitarbeitern. An den Mitarbeitern und wir können auch, manche Kinder können in der Bank auch Geld sparen und nachher dieses Geld nehmen. Was hast du dir schönes gekauft? Ich habe gestern ein Paar O-Ringe gekauft und ich musste noch 6 Euro liegen. Danke schön. Bitteschön. Was für Schmuck bastelt ihr hier? O-Ringe, Armbänder aus Faden, aus Perlen, aus Federn, O-Ringe. Schön. Gefällt es euch? Gefällt es euch hier? Ja. Und verdient ihr auch Geld damit? Ja, sehr schön. Ja? Ja, es ist eine sehr große Anfrage für Schmuck, weil es auch mittelalterfest sein wird. Mhm. Naja. Wie viel kostet es ein Armband? So ein Armband 7 Serien und das 10 Serien. Mhm. Ja, es ist mehr Arbeit bei diesen. Und was kauft ihr euch von dem Geld, das ihr verdient? Ja, wenn wir in der Pause gehen, gehen wir zu der Bäckerei, Saft kaufen oder Joghurt und Müsli, verschiedene Joghurtsorten. Oder in dem Freizeitpark, Wasserschlacht spielen. Ah, wo ist der Freizeitpark? Äh, sie gehen hier auf den Stiegen unten und ganz hinten in einem Zelt. Ah, ok, danke. Bitteschön. Tschüss. Auch, obwohlbereit ist ein Team. D Kadst. Ja, dura haste bitte. So breadth betest. Oh ja, brav mir. Und jetzt kommt alles Schmuck. Ja, brav. ��, das ist Spancha. Wie ist das Feuer? renewable wird es spritisch machen, draußen setzen und Sorgen habt. Ich habe zwei Minuten, aber wir haben einen Aluat. Was ist die Waffe? Die Waffe. 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 Was geschieht hier? Hier ist die Druckerei und die Zeitung. Im Moment drucken wir die Zeitung, die wir gestern gemacht haben. Und die werden wir verkaufen, sobald sie fertig ist. Das sind die Journalisten hier. Genau. Die Journalistinnen. Und es sind noch zwei unterwegs, die finden Sie wahrscheinlich in der Stadt. Ja. Viel Erfolg. Danke. So. das Rathaus? Ich war noch neugierig, was hier passiert im Rathaus. Wie heißt du bitte? Andrada. Andrada, du bist die Bürgermeisterin, oder? Was macht die Bürgermeisterin in Danubius? Ich mache, wie sagt man, sehr viel Spaß, Filan-Party, was muss ich nicht sagen. Und was machen die Mitarbeiter? Wir beraten die Bürgermeisterin. Ja. Und wo sind die anderen beiden? Die anderen zwei, wo sind die? Steuern! Steuern? Nein, nein. Was ist das, Mann? Kann ich dir die Gehälter holen für die Feuerwehr? Ja. 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 Könnte ich machen. Wer will Schreiber? Ja. Gaby. Gaby. Gaby, der谁 oder Expedia wurde gesehen. Pask, du pudel. Pask, du pudel. Okay. Hallo Jungs, was macht die Feuerwehr hier in Danubius? Wir löschen, wir löschen. Wir kümmern uns um Feuer. Hat schon Feuer gegeben? Ja, gestern. Wo? Dort hinten. Dort oben bei Jubelieu. Ich sitze in der Zeitung? Ja. Aha. Was ist dort passiert? Ein Mann vom Kino hat das Feuer angezündet und wir müssen es löschen. Und womit habt ihr es gelöscht? Ja. Mit dem Wasserschlauch. Was habt ihr dort? Mit dem Wasserschlauch. Ah, mit dem Wasserschlauch. Na, das ist ja so. So viel? So viel? So viel? So viel? So viel? Oh ja. Ah, die Kamera ist ein Haus mit so. So. Wo ist das? Seid ihr sehr tapfer? Ja. Und mit diesen Pizzen kannst du mehrere, nur so einmal spritzen oder mehrere. Ja. Ja, ja. Jetzt habt ihr gerade das Gehalt bekommen. Du hast es gerade abgeholt. Ja, ich habe es gerade abgeholt und das kriegt ihr jetzt, weil wenn ich euch später irgendwie verliere, kriegt ihr es nicht. So, jeder kriegt 20 Sieben. Jetzt fang ich mit dir an. So. So. Jetzt kann ich hier mit meinem kleinen Schwert kaufen. Das ist dein Gehalt. Kannst du damit nach vorne bringen? Wo ist der Eingang zur Schneiderei? Ohhhhhhhhhhhhhhhhhh! We get out! How are we going to spot the one? Ohhhh! We need an answer to the question. Do you want to you? What are you going to do? I'm not going to get that one. I'm not going to get that one. He's going to get it right? Bine? I'll be right... Are you better? E still ok? Good! Was habt ihr schönes genäht hier? Wir haben Taschen für Taschengeld, wir haben Handytaschen gemacht und Kleidungen. Ich mache hier Ohren für den Miklern Testfest. Und wo verkauft ihr die Sachen? Hier, der ist auf dem... Ah dort. Was macht ihr mit dem Geld, das ihr bekommt? Wir brauchen Material, Klebstoff. Und gefällt es euch hier in Danubius? Ja.